Und du glaubst wirklich, wie können diese Herde Schnarchnasen ins Bärental führen? Bedeutet das, ihr kommt mit? Naja, ohne uns bist du doch aufgeschmissen. Ja, außerdem, mir möchte die Erwachsenen nicht sagen, warum du nicht mit uns Hause gekommen bist. Das wäre nicht sehr angenehm. Nein, nein, nein. Nein, meint ihr auch nicht? Hey, hört mal alle her! Hm, alles klar. Mach weiter. Erzähl ihnen von den alten Weisheiten. Zera, wie können die mich denn hören, wenn sie ihre Köpfe in den Sand stecken? Na los, Littlefoot. Jetzt kannst du ihnen was beibringen. Das Aller, Allerwichtigste ist, wir bleiben immer in einer Gruppe zusammen. Zusammen in einer Gruppe? Das klingt lustig. Ja. Vielleicht hat das was mit zusammen tanzen zu tun. Ja. Na dann wollen wir mal, Freunde. Mir nach. Allerwichtigste ist, wenn ihr mit. Ja, ja. Oh, Mann! Sie gehen falsches Weg Ich hole zurück Zurück zu die anderen Zurück zu die anderen Nein, nein, nein Verzeihung bitte Wir müssen schön zusammenbleiben Ja, nein, nein Ja, nein, nein Ach herrje Das will mir gar nicht gefallen Weißt du denn überhaupt, wo wir lang gehen müssen? Irgendwie schon Na ja, ich hab bis jetzt noch nie von diesem Bärental gehört Also muss es irgendwo sein, wo ich noch nie gewesen bin, richtig? Ja, und? Ich gehe in eine Richtung, in die ich bis jetzt noch nicht gegangen bin Früher oder später werde ich auf das Tal stoßen Klingt doch logisch Also, ich weiß nicht, Littlefoot Ich finde, du hast recht Ist das nun gut oder schlecht? Frag lieber nicht Hey, kannst du nicht eine Wasserstelle finden? Ich bin durstig Wir müssten bald auf eine Wasserstelle stoßen Super, weil ich nämlich schon fast... Lufa Hört mal alle her Lufa hat eine... Wasserstelle gefunden Lufa, du bist ein Genie Ich doch nicht Du, Littlefoot Ach, meinst du wirklich? Danke für die Durchschung Wie hab ich das gemacht? Was gemacht? Das mit dem Wasser Genauso wie du das Bärental finden wirst Weißt du, auf diese Art machen wir alles im Leben Wir fühlen es einfach Aber das ergibt doch keinen Sinn Lufa Wenn ihr es immer nur fühlt, dann denkt ihr nie richtig darüber nach Wie könnt ihr dann überhaupt sicher sein, dass ihr auch das Richtige tut? Äh, jetzt sprichst du schon wieder wie ein Langhals, Littlefoot Schon gut, vergiss, was ich gesagt hab Ich muss doch sehr bitten So viele eilige Füße mag ich gar nicht Nein, nein, nein Lufa Wo wollen denn alle hin? Das Bärental, du hast es gefunden Ach ja? Nein, das kann es nicht sein Es ist doch viel zu klein Das hier ist nicht Das Bärental Das ist mir Schnuppe Wir haben Hunger Mach dir nicht zu denken, wir haben Hunger Ich mach das schon Aus dem Weg Komisch, normalerweise funktioniert das Oh Mann, bin ich satt Sie ist schon wieder gemacht, sie unersättlich Gelbbäuche stopfen sich alles in die Bäuche rein Naja, mir sowieso nicht hungrig gehabt Wie geht das denn, wir angelsemble SPostyle 10 Woche 20 Woche 30 90 33 42 18 41